Hahahaha! 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 Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir gehen hinein in den Gemischtwarenladen. Und wenn wir auf unser Konto schauen, dann sehen wir da 14.000 Pfund. Und mit diesen 14.000 Pfund, können wir einiges machen. Schwerte und Sätze und Bolichsätze kaufen. Genau, und zwar das Offiziersschwert würde ich mal sagen, oder? Abschluss, da müssen wir los. Die haben wir entweder noch nicht oder das sind irgendwelche DLCs oder sowas. Aber wir kaufen uns das Offiziersschwert. Schön. Dann hätten wir das jetzt schonmal. Ach ja, Monturen haben wir ja einige. Übergangsmontur, Entdeckermontur, Raider-Montur, Scharfschützen-Montur, Tens-Montur, Dunkle-Assassin-Montur, Versailles-Montur. Angeborenen, naja, komm. Wir können auch mal ein bisschen Fracht verkaufen. Und zwar Tabak. Für 1.875. Ich glaube, Tabak brauchen wir nicht. Zum, äh... Ja, zum Aufrüsten von unserem Schiff. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So. Also, damit hätten wir wohl eines der stärksten Schwerter hier. Und das ist doch mal schön. Ja. Denn jetzt haben wir dort hinten die Hauptmission, die wir machen. Und wir müssen dem, ähm... Dem, dem, dem... Wie hieß er? Dieser, glaub ich, den wir da gerettet haben vom Galgen. Der ist ja jetzt unser erster Mart. Und der erstattet jetzt... Äh, Bericht. Umstände. Sequenz 3. Mission starten. Der erstattet jetzt Bericht beim... Herrn hier. Kerngesund, nicht wahr? Ja, dank des Captains hier. Ein gutes Schiff, Captain Cormack. Danke, Colonel Monroe. Master Gist. Konntet ihr mehr über die Verschwörer und ihre neuen Waffen erfahren? Ja, nur, dass sie von einem französischen Pfohrfluss abwärts aus operieren. Das ist nicht gerade beruhigend, oder? Wenn die Franzosen so nahe ein Pfohr errichtet haben, planen sie vermutlich einen Angriff. New York könnte brennen. Schließt ihr euch an, Master Cormack? Aye. Genug Unschuldige sind schon gestorben. Dürfte ich vorschlagen, die Morrigan etwas aufzurüsten? Ein paar Verbesserungen und unsere Morrigan wird zu einer unschlagbaren Waffe. Und? Es gibt einen französischen Außenposten, wie ich zufällig erfahren habe. Das klingt hervorragend. Ja, ich bin auch dafür, dass wir die Morrigan ein bisschen aufbessern. Bloß habe ich jetzt nicht so viel Geld. Minen explodieren wir im Kontakt. Minen, ja, ja. Ich habe es noch nicht ganz wissen können, aber vielleicht können wir ja jetzt Minen streuen. Aber um die Morrigan ein bisschen aufzubessern, betreten wir jetzt erstmal die Kapitänskajüte. Und dann werden wir jetzt hier ein paar Sachen machen. Zuerst einmal natürlich Schiff aufrüsten. Ja, Morrigan verbessern. Mörser. Ach, scheiße. Kann ich noch nicht. Ramspornverbesserung. Ramspornverbesserung. Mannschaftsquartiere. Schauen für schwere Kugeln. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die schweren Kugeln habe vorher. Scheiße, ich habe es immer noch nicht nachgeschaut. Nee, also Harponier, das brauche ich bisher noch nicht. Ramspornverbesserung wäre vielleicht eine Sache. Oben scheint das Rahmen von Feindschaft nahe. Ramspornverbesserung würde ich aussehen. Ein Rammansturm. Okay. Ich bin Mörser, verdammte Scheiße. Naja, komm. Machen wir mal hier die Verbesserung. Ich glaube, das war es dann auch. Aussehender Morrigan. Rotgestreifte Siegel. Schwarze Siegel. Schwarz-Rote Siegel. Exzellente Siegel. Ach du Scheiße. Weiße Siegel. Wolfssegel. Ach du Scheiße. Wo gibt's denn hier? Na ja, es soll uns aber auch wurscht sein. Aber wir haben noch... Was ist das da hinten? Das ist Monturen, glaube ich, würde ich sagen. Aber wir müssen noch hier irgendwo... Ah, da dürfte das sein. Ah ne, das war... So, die Bank. Und zur Bank wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Äh, zu... Äh... Chase... Flotte. Nachladen. Ne, das... Das wollte ich nicht. Momentan. Wie komme ich denn zu... zu... zu Chase Flotte? Wo ist denn die? Ist das da hinten? Aber das sind wahrscheinlich bloß die Monturen. Ja, das sind bloß... Äh... Die ganzen Verbesserungen für Shea. Das ist die Bank. Kann doch nicht sein. Schiff aufrüsten. Wie komme ich denn zur Shays Flotte? Hä? Hä? Keine Ahnung. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Na? Also... Eigentlich war das in Assassin's Creed 4, glaube ich. Boah, also der Ramsporn leckt mich am Arsch. Pff. In Assassin's Creed 4 war das, glaube ich, äh, vom... Vom, äh... Von der Kapitänskajüte aus konnte man die befehligen. Aber vielleicht geht das jetzt während, äh... Während ein Hauptmiss so nicht. Der Kerl-Kurl-Akt-Geschäft betreiben die Franzosen dort. Ist es nur Landnahme? Es hat mehr ökonomische, denn geografische Gründe. Einige der Halunken werden von Feinden der Kolonien finanziert. Sie wollen die lokale Autorität verbrauchen. Ich hörte, sie bestehlen die Bürger und verkaufen Grundgüter für den 10-fachen Preis. Gehäutet wird immer der kleine Mann. Oh, okay. Oh, okay. Colonel, ihr habt gestern gespielt. Ist etwas in diesem Wasser? Es geht nicht. Warum fragt ihr danach, Master Trommeng? Ich glaube, Shay ist auch unseren Absicht. Unsere Mitmenschen. Tut mir jetzt leid, dass man nichts gehört hat von dem Ding, aber ihr könnt ja den Untertitel mitlesen. Ich möchte nur, dass diese Kolonien ein sicherer und glühender Ort werden. Der Wind gefällt mir nicht. Ich dachte, reiche Männer suchen nur nach Profit. Ich bin nicht reich, Master Cormack. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Kein Ziel an sich. Sagt ihr, für ein Kartenspiel ist es durchaus ein Ziel. Wir haben hier den französischen Außenposten. Und wir wollen mal anlegen. So. Einmal da rüber. Und... So war das nicht geplant. Aber okay. Mir soll es recht sein. Dort hier. Kann... Oh. Warte mal kurz. Nee. Okay, das passt schon. Passt schon. Ich dachte jetzt kurz, wir... Wir wären falsch gesegelt. Nee, aber das passt schon. Da hinten ist das französische Vor. Überfall auf den Außenposten. In den Außenposten einschleichen. Den Schlüsselträger unter Benutzung eines Boot-Pfeils aufhängen. Ach du Scheiße. Was ist denn? Was ist denn? So, lass mich mal... Hoppala. Ja, natürlich an der Fackel hoch. Ist klar schön. Lass mich mal hier hochklettern. Wenn's euch nix ausmacht. Das macht euch bestimmt was aus, aber naja. Da können wir euch jetzt auch nicht helfen. So. Komm noch einen. Noch einen hoch da. Klauschen. Ach so. Ach so. So. Hier können wir synchronisieren. Dann haben wir die... Das ganze Gebiet schon mal aufgedeckt. Und dann... ...stürmen wir jetzt das französische vor. Aber... So. Also wenn wir jetzt da drin sind. Das erste was wir machen müssen wahrscheinlich ist die Alarmglocke wegmachen. Das wäre wahrscheinlich so das... Erste was wir machen müssten. Wir müssen aber jetzt erstmal da reinkommen. Hm. Wobei das jetzt eigentlich kein so ungroßes Problem soll... ...werden sollte. Da sind die Schlüsselträger ausfindig. Ja, ja. Ist sehr gut. Da hinten geht einer. So. Ist er schlecht da? Wo ist denn? Da ist die Truhe. Da gehört mir. Eine Rauchbombe haben wir. So. Wir werden wieder unsichtbar. So. Geht er hoch. So. Hallo. Hallo. Will der den hier einsammeln? Interessant. Dort hinten ist der Schlüsselträger. Aber ich glaube ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Also nicht für meine Aufmerksamkeit, sondern... ...für Aufmerksamkeit... ...von anderen. Ja. So. Lass mich mal gucken, wer ist denn so alles da. Hallöchen die da hinten. ... Wann sind noch welche? Ach so, haben wir gerade den Schlüsselträger raus? Ne. Der Schlüsselträger ist das da. Oh je. Ich würde mal sagen, die haben mich gesehen. Oh, der Schlüsselträger ist tot. Oder? Ne. Ne, ist der tot? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, der steht da noch. So. Jetzt passt mal auf. Oh, da sind drei. Ach du Scheiße. So. Zack, rein mit dir. So, schauen wir mal, was diese Offiziersschwerter alles können. Und zack, weg damit. Und tschüss. So. Nächste Aktion. Erstmal die Glocke wegmachen. So. Das hätten wir schon mal. Dann kann ich mich dir jetzt mal am Arsch lecken. So. Was haben wir als Nebenziel den Typen da aufhängen? Ach komm, scheiße auf das Nebenziel, ganz ehrlich. Aber auch noch nicht. So, stoß in die Strecke wegmachen! Jah, das ist ja noch nicht! Ein Paar, das ist ja noch nicht! Tschüs. Tschüs, mein Freund. So, Lagerhausschlüssel 1. Jetzt dahinter, oder was? Das ist ein Lagerhaus. Plündern. Aus der Zone entkommen. Was denn? Was denn? Ah, Lager ausgeplündert. Ich dachte schon, die plündern uns jetzt nicht. Na, das kann sich doch sehen lassen, wa? Teil, 800 Pfund. Uiuiui, dahinten steht einer. Der mich erkannt hat. Der zumindest von mir weiß. Super, ich komm mal da rein. Jetzt drück mal auf. Und? Na hallo? Was macht der jetzt? Oder warum hat er nichts gemacht? Das ist die Frage. Ha, interessant. Hallo, plündern. Dankeschön. War geplündert. Upsala. So, einmal. Und zweimal. Schau, wie komm ich denn hier raus? Lasst mich mal schauen. Ich muss aber noch da raus. In die Richtung. Was ist hier jetzt ange... Ach, hier wird bloß das Vor angezeigt, wahrscheinlich. So. Mal schauen mal, vielleicht kommen wir da oben raus. Schau, tschüss. Naja, da oben sollten wir eigentlich rauskommen. Ich versteh jetzt zwar nicht ganz, warum wir... ...der Lagerhaus plündern sollten. Gut, vielleicht just for fun oder so, aber... ...durch... ...wäre ja jetzt eigentlich nicht so notwendig gewesen. Na, komm. Ach, scheiße, ist der schon wieder weg. Oder was? Ja, jetzt aber. Gucken wir mal, was der dabei hat. Noch ein Pfund. Naja. Da sind zwei Typen. Die haben es nicht gesehen. Hört. Da rechts ist noch... Äh, da links ist noch eine Truhe. So, komm auf da. Mach auf. Plündern. So, obligatorischen 300. Und damit zurück. Zum Schiff. Wir sollen die Kapitänskahüte erreichen. Das ist ja... Lasst uns nun der Morrigan damit mehr Feuerkraft geben. Wir brauchen stärkere Kanonen, bevor wir uns dem vornähern. Bereitet die Arbeit in der Kabine vor. Okay, machen wir. Machen wir. Äh, Mörser. Jetzt wird's lustig. Kaufen. Morrigan-Verbesserung. Endlich. Mörser. Mörser. Ich würd' mal sagen... Wir... ...verbessern die Mörser doch gleich mal. Warte, wir schauen auf, wenn man sonst... Okay. 12.000 ist der nächste... Ist das nächste Upgrade? Ach du Scheiße, ey. Da haben wir was vor. Da haben wir was vor. Aber hier gibt's immer noch nicht... Äh... Hier gibt's immer noch keine Flotte. Kann sein. Nee, Flotte seh' ich noch nicht. Schade. Wirklich schade. So, dann hätten wir jetzt auch ein paar Mörser. Für unsere liebe Morrigan. Bank ist leer, kommen sie... Ja, toll. Ja. Euer Schiff ist in guter Verfassung, Master Cormac. Das Fohr wird schnell fallen. Ich hoffe doch, die Frogs wehren sich, sonst wird das ein trüber Tag. Muss ich mal kurz schauen? Er will nie die Schlacht nicht vergiss. Okay. Es gibt genug davon für unser aller Leben. Im Übrigen, wenn wir den Fohrkommandanten finden, ergeben sich die Franzosen, oder? Allerdings, das ist ein guter Plan. Aber zunächst müssen wir die Verteidigung des Forsts schleifen. Sonst graben sie sich ein wie ein Weitwunderbär. Also, er hat's gerade gesagt, wir müssen erst die Verteidigung des Forsts durchbrechen. Ramansturm. Der Eisbrecher-Ramsporn ermöglicht einen Ramansturm. Auf Feindschiffe der gewaltigen Schaden. Ramansturm L1 halten und dann X tippen. Okay. Mörser, Sie können an den Mörser auf. Kannst du an den Fohrkommandanten halten? L2 gerückt. Mörser, Sie haben... Rücken Sie L1 und zuschießen. Ja, das ist mir klar. Ne, halt schon. Oh, das sind jetzt die Mörser vom, vom, äh... Vom Ding. Vom Vor, würde ich sagen. So, bumm. Ich würde mal sagen... Bumm. Das Ding hat man versenkt. Aber ich würde auch mal sagen, dass wir da jetzt schnellstmöglich weg müssen. Kann ich die einfach so mit dem... Oh, jetzt hat es gerade ein bisschen aufgehängt. So, lass mich mal... Da ein bisschen die Schiffe versenken. Okay. Einmal raus hier. Dann wenn... Oh je. Okay. Ich würde mal sagen, wir müssen hier aber schnellst raus. So. L2. So, Feuer. Schnell, 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 schnell da durch. Schnell da durch. Hallo, wo sind die Mörser? So, Feuer. Feuer. So, der war schön. Oh, oh. Ja, haben wir geschafft. So, Mörser. Und zack. Schön. So, noch mal. Geht's. Zack. Keiner. Oh, so viel haben wir noch gar nicht verloren. So viel. Äh, so viel... So viel... Na, Gott, scheiße. So viel Leben. Unsere Morgan. Nein, da wollte ich gar nicht... Wollte eigentlich das Schiff da versenken. Bekanntheitsgrad. Ihre Taten bleiben nicht ungesünd. Wenn sie Schiffe angreifen oder entern oder Leute töten, steigt der Bekanntheitsgrad. Wenn die Bekanntheitsgradanzeige voll ist, werden Kopfgeldiger auf sie angesetzt. Im Laufe der Zeit leert sich die Bekanntheitsanzeige. So. Äh, Mörser bitte. Und... Feuern. Okay, wir werden gesucht. Ich würde mal sagen, die Verteidigung ist futsch. Ja. Keule. Das Ding brennt, Licht hallo. So. Ja, da komm ich hinten, Kopfgeldjäger. Gefällt mir gar nicht. Und bitte andocken. So. Dann können wir wieder seitlich fahren. So, gefällt uns das. So. Die Hunde... Nein. Nein. Ach, du musst dich nicht einzwicken. So, da la la. Oh, da ist glaube ich keiner da drin. Wäre ich an seiner Stelle auch nicht. Wäre ich an seiner Stelle auch nicht. So, da la la. Also, ich halte mich hier jetzt gar nicht lang mit den, äh, Typen hier auf. Sondern ich versuche gleich mal zu den Vorherren vorzudringen. So, da la la. Wo sind denn die? Die werden da oben. Boah. Alter. So. Zack. Der Erste. Und da hinten ist der Zweite. Ja, rüber, 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 weiter. Rüber, weiter. Ja, der war schon klar, als er angesetzt hat. So, zack. Den Planungsraum erreichen. Wo ist denn der? Ah, da hinten ist er. So, wo sind eigentlich meine Leute? Die könnten mir auch mal helfen. So, ich geh weg da. Anonym werden, alter, wollte ich mich verarschen. Anonym werden. So, der Nächste. Da ist einer. Oh, zack. Der ist weg. So, eins. Zwei. Und drei. Vier. Und fünf. So. Müssen wir kurz die Typen hier looten. Weil ich ein bisschen, äh, weil jetzt ein paar Rauchbomben verschwindet hab. Oder, was heißt ja, verschwindet, verschließen hab. Und, das wäre doch sehr schön, wenn die mir ein paar zurückgeben könnten. So, jetzt looten. Und die Waffen aufsammeln. Na komm. Okay, da ist anscheinend keiner mehr. Hier können wir looten. So, Knallköp. Ach Gott, alter. Komm. Na, verpiss dich. Komm. So. Was hast du dabei? Keine Rauchbomben. Scheiße. Na komm. Fahr an. Will er nicht. Doch, jetzt hat. Abfalle. Er sagt Abfalle. Keine Rauchbomben. Haben wir den hier schon? Den haben wir anscheinend schon. Den haben wir noch nicht. Auch keine Rauchbomben. So, eine Scheiße. So. Dann gehen wir hier mal rein. Okay, der ist anscheinend. Ah, aber dann erfüllen wir uns wieder, dass ihr noch lebt. Ihr müsst mich töten, Scheiße. Okay. Und. Zack. Der war wieder weg. Na komm. Komm. Boah. Was macht das? Ah, fix. Mann. Scheiße. Wow, wow, wow. So, jetzt aber. Boah, hat's nicht geschmissen. Ihr wart immer gut in eurem Tun, Shea. So wie ihr. Sagt mir. Was treibt ihr an Land? Spezialwaffen. Giftige Gase für den Einsatz gegen die Kolonialherren. Ich bin nur der Lieferant. Dann möge eure letzte Lieferung schnell gehen. Mission abgeschlossen. Ja, optionale Ziele. Äh, das war ein bisschen schwer. Aber wir haben es abgeschlossen. Und wir werden es fortsetzen. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.